Für mich möchte ich dann allen GärtnerInnen und vor allem den AnfängerInnen mit auf den Weg geben. Moin Leute, hallo liebe KleingärtnerInnen-Gemeinde. Ich bin mal wieder im Kleingarten bzw. kurz davor und stelle fest, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, die auch regelmäßig im Winter hier sind. Ein paar Autos sieht man hier irgendwie immer parken. Da frage ich mich aber auch, bei den Temperaturen, hat man dann eine Heizung eigentlich im Garten? Habt ihr eine Heizung in eurem Gartenhäuschen? Ist doch eine gute Frage. Also weil es gibt ja so Infrarotheizungen, Kamin ist glaube ich verboten im Kleingarten. Weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, aber ich glaube, bei uns ist es so. Ja, dann werde ich mal in die Anlage gehen, heute mal wieder mit euch. Und sehe, da ist leider mal wieder abgeschlossen. Muss ich erstmal aufschließen, aber das ist natürlich kein Problem. Ja, so richtig viel gibt es im Kleingarten natürlich jetzt nicht zu tun, auch weil der Schnee liegt. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit für diese heutige Garten-Vlog-Folge. Und wir schauen uns unseren Kleingarten mal schön in der Schneepracht an. Ich hoffe jedenfalls, dass der Schnee noch so weit liegt, dass wir, genau, dass wir das ein bisschen genießen können und dass nicht alles schon zu matsch geworden ist. Ja, das ist dann hier so der Eingang unserer Gartenanlage. Ach, hier wird allen ein frohes und gesundes neues Jahr gewünscht, beziehungsweise schöne Weihnachten. Ja, und hier seht ihr, das ist der Zugang in Richtung unseres Gartens. Wir müssen jetzt so ziemlich in die Mitte gehen. Und was ich halt immer ganz schön toll und fantastisch finde, ist, auch wenn das nicht sonderlich schön ist, da hinten, diese Blöcke, das ist Berlin-Reinickendorf, das Märkische Viertel. Und ich finde, das zeigt, warum Kleingartenanlagen wichtig sind. Ja, also hier wird auf wirklich kleinstem Raum, werden hier sehr, sehr viele Menschen untergebracht. Und ja, diese vielen Menschen brauchen natürlich auch so ein bisschen Ausgleich, Natur, Spaziergehfläche und die haben wir natürlich hier in so einer Kleingartenanlage. Und deswegen habe ich das Tor natürlich gerade eben auch, was jetzt abgeschlossen war, erstmal sperrangelweit offen gelassen. Denn natürlich haben wir als KleingärtnerInnen so eine Art Verpflichtung, ja, also wir haben hier die Möglichkeit, dieses kleine Stück Natur zu gestalten. Und das machen wir, und das machen wir natürlich für uns, für den Anbau von Obst, Gemüse und auch um die Freizeit zu genießen. Aber das machen wir natürlich auch, ich sage mal so, für alle anderen in der Umgebung, die sich dann auch gerne daran erfreuen können. Ganz schön schön eingeschneit hier. Ach, ich mag das hier auch. Man sieht auch, dass vor vielen Gärten keine Tapsen sind. Die Menschen also jetzt gerade nicht in ihre Gärten rausgehen oder nur im Häuschen bleiben, wer weiß. Nein, das glaube ich nicht. Aber ja, doch ein paar Tapsen sieht man schon. Und das sind hoffentlich auch schön viele BesucherInnen der Anlage. So, und da sind wir dann auch vor unserem Törchen, was ich erstmal aufmachen muss. Haha, schön mit der Verlinkung zu unserem YouTube-Kanal. Ich mache hier mal auf und dann gehen wir mal hier rein. Fahrrad ist völlig mit Schnee jetzt voll. Das ist halt wirklich anstrengend. Ich fahre ja super gern Fahrrad. Und ich sage mal so, niedrige Temperaturen sind jetzt nicht das Riesenproblem. Aber wenn die Straßen voll sind mit Schnee oder Schneematsch oder Eis, dann kann ich leider auch nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Weil das sind 13 Kilometer eine Strecke. Und das wird dann auch einfach mal so gefährlich. Dafür sind die Radstrecken in Berlin leider nicht gut genug ausgebaut. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was hier im Garten abgeht. Ein Gartenrundgang im Schnee diesmal. Ja, hier beginnen wir an unserem Kompost, wo ich gerade gesehen habe, da sind diverse Tapsen zu sehen. Das kann ich jetzt natürlich nicht zuordnen, ob das eine Katze war. Ich vermute vielmehr der Fuchs, weil die relativ groß sind. Fuchs haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Weil Lotti auch immer ganz wild, wenn sie den gesehen hat. Und ja, wahrscheinlich, weil sich in diesem ganzen Kompostbereich hier, den wir ja relativ früh versucht haben anzulegen, mit gebrauchten Europaletten größtenteils, in diesem Bereich sind viele Mäuse, wahrscheinlich auch Ratten irgendwie. Und da sind dann entweder Katzen oder Füchse derzeit so ein bisschen auf Jagd und schauen, was sie da klar machen können. Ja, hier haben wir für die Igel ja dieses Hügelchen und dieses kleine Häuschen da eingerichtet. Ob da jetzt einer drin ist, kann ich gar nicht sagen. Wir wollen ja auch nicht stören, wenn. Also wir lassen das jetzt einfach so. Und vielleicht kann man mal im Frühjahr reingucken, ob da irgendwelche Spuren davon sind. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass der Igel, also wenn er gesund ist, würde er jetzt da schlafen. Und dementsprechend, genau, stören wir ihn lieber nicht. Ja, könnt ihr auch leiser sprechen, aber ich will auch einmal reingucken in unseren neuen Kompost hier. Schwups, wie es da aussieht, weil da sind die Mäuschen auch immer gern unterwegs gewesen, als wir da noch den Bukashi drin vererdet haben. Das haben wir jetzt aber umgestaltet. Da wird jetzt relativ, da wird jetzt normal kompostiert. Ja, dann sieht man von dieser Seite auch noch aus unsere Hecke ja ganz gut. Da dachten wir Anfang des Jahres, oh, die sieht so vertrocknet aus, da kommt bestimmt nichts wieder. Die war natürlich im Frühling und im Sommer war die wirklich eine Augenweide, habt ihr ja gesehen, wenn ihr die Videos kennt. Also wirklich komplett gelb, richtig schön. Ach ja, das war, was wir ja ziemlich als erstes auch gemacht haben, Anfang diesen Jahres, war das Schneiden dieses Haselnussstrauchs. Ihr seht ja, wie dieses Teil schon wieder ausgeschlagen ist. Ja, und dann, ach so, an der Ecke hier, da haben wir gar nicht so viel gemacht. Aber wir haben so ein paar Brombeeren, Brombeerstecklinge quasi, da reingesteckt. Brombeeren sind ja so ein hartes Gewächs, ja. Also da kannst du, du schneidest sie ab, schmeißt sie auf den Kompost und dann wachsen sie da wieder. Und das haben wir uns jetzt hier, oder wollen wir uns hier zunutze machen, weil wir gedacht haben, die Wand ist jetzt irgendwie nicht die schönste. Und was wächst da? Nicht so richtig viel. Also haben wir gedacht, wir werden dort, ja, die reinmachen. Und da kommen auch schon, da sind auch schon Brombeerblüten zu sehen. Hier ist auch noch Hortense durch die Gegend geflogen, also der Rest davon. Da seht ihr zum Beispiel eine, die da richtig gut angewachsen ist. Ist aber auch, wir hatten aber auch bei uns im Garten, na gut, die ist jetzt ab. Wir hatten aber auch Himbeeren von zu Hause mitgebracht. Gucken wir mal, was passiert. Erstmal wieder so ein kleines Experiment. Dann die Hortensie. Ja, die Hortensie sieht jetzt schön winterlich aus mit dem Schnee. Anfang des Jahres, im ersten Video, was ich gedreht habe, habe ich ja gefragt, was ist denn das? Nee, nicht ganz so, aber ja, das war schon spannend. Und jetzt sieht sie genauso wieder aus. Da freuen wir uns natürlich aufs nächste Jahr. Der IBC-Tank, eine ganz wichtige Sache, die wir in diesem Jahr hatten. Hat zwar viel geregnet, das war dann auch gut dafür, aber doch hatten wir auch Perioden, wo wir damit richtig, ja, ein Kubik, 1000 Liter Wasser gespart haben, die man natürlich sonst auch heute entsprechend bezahlen müssen. Dann, ja, die Magnolie, auch hier im Schnee. Natürlich keine Blüten mehr jetzt im Winter, aber das wird im Frühling auch wieder richtig schön. Da freuen wir uns drauf. Dann ist ja hier das schöne Blumenbeet komplett neu gestaltet. Das war ja, vorher waren ja hier so eine Buchsbaumbüsche drin und da drinnen alles dann verwuchert. Also keine einzige Blume mehr zu sehen. Ich meine, gut, wir haben das jetzt auch im Frühjahr gemacht. Wer weiß, was da gekommen wäre im Sommer. Aber wir haben ja hier wirklich komplett alles umgegraben, durchgesiebt die Erde quasi, um das hier neu zu gestalten. Und da steht im nächsten Jahr auch noch einiges an. Also der Bett nochmal sauber machen und komplett abmulchen, haben wir jetzt gesagt, weil da doch wieder so viel Unkraut mehr durchkommt. Und ich freue mich sehr über eine Rose, die sich jetzt auch noch hier im Winter traut, hätte ich fast gesagt. Eine Knospe, da ist auch noch eine. Also, Mann, dass die Rosen so toll werden, hätten wir ja nur nicht gedacht. Dann haben wir hier vorne ja das Tomatenhaus, wo wir richtig, ja, ich wollte jetzt gerade schon sagen, eine schöne Tomatenernte hatten. Aber die war ja nur so fern schön oder begrenzt schön, weil es dann sehr schnell dazu kam, dass hier die Kraut- und Braunfäule, Braun- und Krautfäule, die Fäule, die Tomaten, dahin gerafft hat. Jetzt stehen da noch Zwiebeln drin. Und da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Genau, hier vorne waren auch diverse Sachen drin, Einjährige. Und wir haben jetzt schon diverse Frühblüher gesteckt. Heißt also, keine Frühlingszwiebeln, wie wir so schön gesagt haben, sondern Frühblüher. Genauso wie zwischen den ganzen und hinter den Obststräuchern. Ach, das mit dem Schnee ist, ist schon schön anzusehen. Ja, dann sehen wir hier das Feld, wo Knoblauch gesteckt ist. Abwarten. Apropos Knoblauch, hier vorne gibt es ja noch diese, habe ich mit Marvin zusammen letztens gemulcht, dieses Knoblauchbeet im Sack quasi. Ja, da haben wir es mit ein bisschen geschützt jetzt und auch geschützt hingestellt. Mal gucken, was daraus wird. Ja, dann war ja dieser wunderbare Perückenstrauch, der jetzt natürlich schon komplett verwelkt ist. Da hatte ich den ja ganz krass zurückgeschnitten im Frühjahr und alle haben gesagt, das kannst du nicht machen, der kommt nie wieder. Der war ja so prächtig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also dementsprechend. Schön auch, wird nächstes Jahr auch wieder kommen. Der hatte jetzt zum Ende so Probleme mit den Blättern. Da hatte jemand auch sich geäußert, eine Welke, irgendwie sowas. Mal gucken. Ja, der steht ja über viele, 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 viele Jahre ungepflegt hier. Also dementsprechend denken wir auch, also wir machen da jetzt gar nichts, weil kann ja nicht sein, dass wir jetzt das erste Jahr da sind. Auf einmal wird der krank oder was? Also das ist ja unwahrscheinlich. Also wir denken, dass es im nächsten Jahr dann vielleicht alles wieder gut ist. Und weiter geht's hier. Hier liegt ja, hier ist ja das Beet abgemulcht mit Schnee. Kostengünstiges Mulchmaterial. Hält auch nicht so lange, ist also schnell wieder im Boden zur Verfügung als sogenanntes Wasser. Ja, nee, darunter befindet sich aber auch noch Bukashi als Mulch und Blätter. Und, also wir haben da verschiedene Sachen mal kombiniert und sind gespannt, wie dieses, wo wir vielleicht unser Kürbisgerüst hinstellen wollen, dann, ja, an was für eine Bodenqualität wir denn dann im Frühjahr haben. Ja, was natürlich ein super Wintergewächs ist, ist hier dieser Grünkohl. Da hat jetzt jetztens jemand gesagt, jetzt muss er aber wirklich geerntet werden, weil er sonst matschig wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, er fühlt sich jetzt überhaupt gar nicht matschig an. Ach, der ist toll, der ist richtig, richtig toll. Können wir den noch stehen lassen? Oder muss der jetzt, wenn es so kalt war, beziehungsweise der Schnee drauf lag, muss der dann auch wirklich weg? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, der Brokkoli steht ja noch hier und da haben wir auch gesagt, der Brokkoli wird bis zum Frühjahr stehen bleiben, damit wir ihn dann im Frühjahr zu Bukashi verarbeiten können. Das ist ja unser großer Plan, nächstes Jahr mehr Bukashi und weniger klassischer Kompost. Ja, einfach, weil die Verfügbarkeit der Nährstoffe für den Boden viel besser ist, der Humusaufbau auch wohl viel besser stattfinden kann. Und dementsprechend versuchen wir das einfach. Aber ich habe gesagt, wir lassen den einfach stehen, weil wir, weil ich jetzt gar nicht so viele Kapazitäten habe, Bukashi herzustellen. Wir haben ja noch keinen großen Behälter, in dem wir den anlegen können. Das wollen wir demnächst machen, also fürs nächste Jahr vor allem, damit wir auch hier direkt die Abfälle bukkaschieren können. Immerher mit den Ideen dazu. Hatte ich ja immer schon mal aufgerufen zu. Dann geht es weiter hier mit dem Rotkohl, der genauso wie der Grünkohl, sind die Farbenkohle, hier mit Schnee bedeckt ist. Und jetzt, den nehme ich mit, glaube ich. Ich glaube, den nehme ich mit. Also jedenfalls die ganz großen, weil, ich weiß nicht, also die großen, besser werden die, ach, der sieht aber schön aus, oder? Besser werden die nicht. Und die kleinen, die super, super zerfressen sind, weil wir haben ja hier ein paar, zwei mindestens, die richtig klasse sind. Aber auch mindestens zwei, die im Grunde so zerfressen sind, dass man sie gar nicht benutzen kann, großartig. Aber die schmeiße ich ja auch nicht so auf den Kompost, sondern die werden auch zu Bukashi verarbeitet. Dann werden sie auch fermentiert, auch wenn sie kein Rotkohl sind. Ja, dann haben wir hier das Beet mit der allseits bekannten, beliebten und berühmten Bäreneule, Bäreneule, die das Jahr über dafür gesorgt hat, dass unsere Kulturen nicht komplett von Vögeln aufgefressen werden. Hat super funktioniert. Nichts. Ne, das ist natürlich auch kein wirkliches Mittel gewesen. Wir fanden es nur lustig. Und Bäreneule ist auch eine tolle Begrifflichkeit. Ja, was auch noch hier ist zur Abwehr, auch nicht funktioniert hat, ist Pucki. Aber ich glaube, dem geht es gut hier im Garten. Bisschen eingeschneit. Aber der mag das. Ja, wir sehen hier dieses Gitter. Das ist so ein Hühnerdraht. Und da haben die Erbsen die Möglichkeit gehabt, sich hochzuranken. Hat auch ganz gut funktioniert. Hier steht immer noch ein bisschen Restmangold. Der ist ja zweijährig und jetzt hat uns letztens jemand gesagt, dass sie den Mangold dann im Frühjahr ausgräbt und woanders neu einsetzt für das zweite Jahr. Macht ihr das auch so oder lasst ihr die einfach da stehen, wo sie jetzt stehen? Wäre mal interessant zu wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann sehen wir in Nachbarschaft zu dem Mangold, haben wir noch große Hoffnung auf den Porree. Das ist Winterporree, der dann natürlich im Winter nicht zu ernten ist, sondern im Frühjahr hoffentlich kommt. So wurde er uns jedenfalls verkauft. Okay, jetzt gehe ich mal hier durch den wunderbaren Rosenbogen. Ach, das war auch schön, dass das hier alles verblüht und kommt hoffentlich alles im Frühjahr wieder. Bitte drück die Daumen. Ich finde auch, der Pfirsich, den wir relativ früh gekauft haben, hat sich auch schon entwickelt. Also der ist schon auch nicht mehr ganz so mickrig, wie er mal war. Aber dann geht es weiter neben unserem Rosenbogen. Das wilde Beet, was noch nicht so richtig wild ist. Also gerade sieht es doch auch ganz schön wild aus. Aber ja, das wird dann im Frühjahr. Gucken wir mal, was da so kommt. Da sind ja auch eine Menge Frühblühe jetzt drin, Zwiebeln, die Martin gesteckt hat. Wir haben es mit Laub abgemulcht und da sind auch Tapsen drauf. Da hat wahrscheinlich irgendeine Katze ihr Häufchen drauf gemacht. Was wir hier auch noch stehen sehen, ist der Mais, der alte. Und dieser alte Mais, der war nicht so ertragreich, weil wir den ja zwischen den Rasen gepflanzt haben. Mit nur so kleinen Pflanzscheiben. Sind ein paar kleine Kolben bei rumgekommen, aber nicht so super viel. Die Befruchtung hat zwar irgendwie auch funktioniert, aber alles, ja, da haben die Nährstoffe wahrscheinlich einfach gefehlt. Die Konkurrenz zum Rasen vielleicht zu groß, Erde zu verdichtet. Wir wissen es nicht. Wir machen Mais wieder, aber natürlich nicht an dieser Stelle. Dieser Mais ist aber, finde ich, eine perfekte Geschichte. Den könnte man, also diese Überbleibsel, jetzt ist ja eine Menge Masse, einfach mal Biomasse, die jetzt hier einfach immer überbleibt von so Maispflanzen. Wenn man das jetzt schön zerkleinern würde und so Bukashi verarbeiten, das machen wir dann im Frühjahr auch. Das macht, denke ich, Sinn und ist auch sinnvoller, als das auf den Kompost zu schmeißen. Aber, und das ist die nächste Frage, das habe ich mir auch für den Kompost schon immer überlegt, was kann man denn eigentlich benutzen, um dieses ganze Material, dieses ganze pflanzliche Material zu zerkleinern? Mit dem Rasenmäher rüberfahren ist sicherlich eine Idee, weil die kleinen Elektrorasenmähern, die es jetzt so gibt, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut funktioniert. Häcksler, wir haben so einen Walzenhäcksler, ja, damit kriegt man das auch schon ein bisschen kleiner aufgebrochen. Aber habt ihr Ideen? Wir haben ja auch überlegt, ob wir da mal in der Richtung was bauen können. Aber ich hatte schon mal irgendwo gesehen, so einen umgebauten Rasenmäher, das war mir nicht ganz so sicher mit dieser riesigen Klinge. Wäre eigentlich ganz schön, da irgendwas zu haben, womit man das ganze pflanzliche Material, was im Garten anfällt, relativ schnell zerkleinern kann. Weil sonst nimmt man sich natürlich jetzt eine Gartenschere und macht schnipp, schnapp, schnipp, schnipp und dauert einfach mal einfach auch. Und wenn du da Bokashi herstellen willst, ist es nicht verkehrt, wenn diese einzelnen Stücke auch kleiner sind. Ja, und wenn wir jetzt hier am Hochbeet sind, sehen wir sehr schön unser größtes Problem am Hochbeet gerade. Das sind die Mäuschen, die sich hier bedienen und im Winter sich einen schönen Unterschlupf gesucht haben. Vielleicht muss man sich auch einfach damit abfinden, dass man dann im Winter den einfachen Unterschlupf gibt. Aber ich denke schon, dass es eigentlich sinnvoll wäre, jetzt zu handeln, denn wenn wir jetzt anfangen, im Frühjahr da unsere Jungpflanzen reinzusetzen oder auch die Aussaaten zu machen, naja, dann haben die, glaube ich, gar keine Chance bei den kleinen, süßen, aber doch recht gefräßigen Mäusen. Also müssen wir mal gucken. Es hieß jetzt, Kaiserkronen würden sie nicht mögen, aber ja, würde jetzt nicht so viele Blumen hier in dieses Beet einpflanzen. Pfefferminzöl wurde auch genannt. Ja, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass die, dass die jetzt, wo hier Winter ist, wo sollen die denn hin sonst, ja. Ich glaube, wir haben ja auch ein bisschen Mitleid mit denen dann einfach. Aber ja, schauen wir mal, wie ist es bei euch mit Wühlmäusen, was macht ihr gegen Wühlmäuse? Ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist es auch nur im Winter jetzt so ein Riesenproblem, weil die halt letztendlich einen Unterschlupf jetzt brauchen, der halt denen ein bisschen mehr Wärme bietet. Und das haben sie natürlich hier im Hochbeet auch, weil sobald hier mal die Sonne drauf scheint, erwärmt sich auch die Folie wieder. Und das ganze Ding ist letztendlich, ja, Hochbeet war toll. Also da haben wir richtig, richtig schöne Ertrage gehabt. Sicherlich auch Pflanzen, die nicht so ertragreich waren oder wo wir gesagt haben, es lohnt sich nicht so richtig. Also Möhren wollen wir zum Beispiel nicht wieder ins Hochbeet machen. Aber ja, das war schon eine tolle Sache. Aber das ist Hochbeet auf jeden Fall eine Empfehlung. Sollte man auf jeden Fall sich reinstellen, zumal wir ja auch diesen ziemlich versäuerten Boden nutzen konnten, weil hier standen ja diese zwei Tannen, deren Wurzeln und Baumstümpfe immer noch hier unter dem Hochbeet sind. Und damit mussten wir das nicht entfernen, hat uns eine Menge, Menge Arbeit gespart und einen guten Ertrag gesichert. Und zum Thema Hochbeet fällt mir noch ein, es gab ein Sondervideo die letzte Woche, die fünf größten Fehler im Hochbeet. Unsere Erfahrung aus dem Hochbeet in diesem Jahr, schaut euch doch super gerne mal dieses Sondervideo an, unterstützt uns auch dort mit einem Daumen nach oben und gerne mit einem hilfreichen Kommentar, also einer, der uns und anderen GärtnerInnen hilft, wie eure Erfahrungen mit dem Hochbeet sind. Und die Erinnerung von Lotti, die lebt ja in uns weiter. Wir denken jedes Mal an sie, wenn wir hier sind. Und wenn wir uns den Steg angucken, den Lotti-Steg, den dieser verrückte Hund einfach so geliebt hat, einfach dann so, war fertig, ich lege mich jetzt auf den Steg. Also wie wir Menschen, die sagen, ach ja, komm, wir besonnen uns mal eine Runde einfach auf diesen Steg gelegt, das genossen. Ja, einfach toll, schöne Erinnerungen, die wir da hatten, aber ansonsten sieht man auch, dass der Teich jetzt im Wintermodus ist. Der ist nicht richtig zugefroren, da ist halt einfach so eine Schneeschicht, hätte ich fast gesagt, drüber so ein bisschen. Aber das wird auch, ja, das Erdbeerbeet hatten wir ja stark verkleinert. Und ja, mal gucken, was da nächstes Jahr wird. Ach, ich bin auch, die ist mit der Bank und dem Teich, das sieht schon echt schön aus. Und ich bin auch gespannt, wie das im nächsten Jahr alles, die ganzen Pflanzen, die wir da gepflanzt haben, alt und neu, wie die dann, ja, wieder rauskommen, wie das aussehen wird. Und Kräuterbeete sind auch schön zugeschneit, ja, das sind ja im Großen und Ganzen auch Sachen, die mehrjährig sind. Und ja, hier sind die Überreste vom Basilikum, der nicht mehrjährig ist, aber den man ja auch super, super easy wieder beschafft bekommt, auch in Bio-Qualität. Ah ja, und dann haben wir auch noch den Apfelbaum. Der Apfelbaum, der jetzt natürlich auch komplett entlaubt ist, hätte ich fast gesagt, kein Laub mehr hat und nur noch wenige Äpfel hängen. Und wenn man mal genau hinguckt, sieht es von hier unten so aus, als wäre er auch angeknabbert. Also ich gehe davon aus, dass da auch die Vögelchen an den restlichen Äpfeln irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen was davon haben. Der hat super viele Äpfel getragen, die allermeisten leider in einem ganz, 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 ganz schlechten Zustand. Der hatte ja so eine Art Schorf auf den Äpfeln drauf. Die Äpfel, die das nicht hatten oder nur ganz ein bisschen hatten, wo man das abschneiden konnte, die waren so lecker. Also ein bisschen schade, wir werden hier versuchen nochmal mit Bokashi zu arbeiten, ob man da was machen kann. Ansonsten, ja, schaut euch das mal an. Und so sieht dieser Baum halt aus, der ist halt an vielen Stellen einfach komplett kaputt. Ich weiß nicht, ob man jetzt diesen Ast wegmachen kann, soll, wie auch immer, weil der daneben beispielsweise sieht ja irgendwie top aus. Alles Fragen, wo man vielleicht mal jemanden fragen sollte, die oder der sich damit auskennt, BaumspezialistInnen quasi. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps dazu noch oder BaumspezialistInnen, die gerne mal vorbeikommen wollen und sich das mal anschauen wollen. Auch wie die Früchte ausgesehen haben, das haben wir alles dokumentiert, also das kann man alles zeigen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn man auch Früchte von dem Baum ernten kann, weil natürlich ist das so oder so ein toller Lebensraum für eine Menge Tiere und Lebewesen so allgemein. Und dementsprechend bleibt er natürlich stehen, ist auch ein Schattenspender. Ja, deshalb. Also ein tolles Teil. Wir hatten ja auch hier da rum, sieht man nur noch die Überreste, aber diese Baumscheibe hatten wir ja komplett mit so einer Blüher, Blumen, Wiese und Sonnenblumen, wie man immer noch ein paar sieht, besät. Und das sah auch wunderbar aus im Sommer. Das war schon richtig toll. Ich bin ganz zufrieden, wenn ich auf das Gartenjahr 2021 zurückblicke. Jetzt hier so in der winterlichen Stimmung im Schnee, wo einfach auch nicht mehr so richtig viel geht. Wir haben so viel geschafft und so viel erlebt, das kann man irgendwie kaum in Worte fassen. Die letzten Tage gucke ich mir, weil ich etwas Schönes für euch vorbereite, immer wieder die alten Aufnahmen an und denke so, ach, so war das damals. Da geht es auch um das Thema Wissen oder Unwissenheit vielmehr gesagt, dass man so bestimmte Sachen überhaupt nicht wusste oder andere Sachen einfach ausprobiert hat und dann festgestellt hat, ups, an das hast du jetzt gar nicht gedacht dabei. Ohne all das Feedback würden wir mit deutlich weniger Wissen und auch deutlich weniger Ertrag in diesem Jahr dargestanden haben. Ein ganz großes Dankeschön dafür an euch. Wir sind euch da wirklich dankbar. Und auch wenn manchmal das Feedback für uns schwierig einzuschätzen war oder zu nehmen war, weil die einen so und die anderen so gesagt haben. Oder wir Sachen so gemacht haben und dann gab es Leute, die gesagt haben, das geht so gar nicht, das könnt ihr nicht machen. Und dann haben wir Erfahrung gemacht und die Erfahrung haben manchmal gezeigt, ja, die Leute haben recht mit dem, was sie sagen oder einzelne Kommentatorinnen. Aber manchmal haben die Erfahrung auch gezeigt, dass es nicht so einfach ist und dass auch unsere Variante, die wir einfach ausprobiert haben, funktioniert hat. Für mich möchte ich dann allen GärtnerInnen und vor allem den AnfängerInnen mit auf den Weg geben, probiert einfach mal aus. Wenn ihr eine Idee habt, in eurem Garten, sei es die Gestaltung oder das Ausprobieren von irgendwelchen Düngegeschichten, Anordnung und, 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 probiert es einfach aus. In den allermeisten Fällen ist das Schlimmste, was passieren kann, nichts. Also, dass ihr, wenn ihr zwei Kulturen zusammenpflanzt, die nicht zusammengehören sollen, dann ist wohl das Schlimmste, was passieren kann, dass halt kein Ertrag oder halt in aller Regel geht es ja noch nicht mal darum, dass es kein Ertrag ist, sondern dass es einfach weniger Ertrag ist als das Optimum. Und dann weiß man das fürs nächste Jahr und macht das neu. Als AnfängerIn ist einem das sowieso ziemlich egal, wenn dann der erste Blumenkohlkopf mickrig klein ist, dann ist das, wie gesagt, völlig egal. Man freut sich einfach darüber und man weiß halt fürs nächste Jahr, dass man da einfach Optimierungsbedarf hat. Also, Leute, traut euch bei allem Möglichen. Also, versucht einfach aufzuhören mit Selbstverständlichkeiten. Es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß, es gibt auch ganz viele Farbstattierungen dazwischen. Und wir können euch nur ermutigen, probiert es aus. Es ist hier im Garten bei all unseren Experimenten nichts gelungen, wo wir völlig verzweifelt zum Schluss dastanden und dachten, oh Mist, hätten wir das mal anders gemacht. Klar, wir hätten viele Sachen anders machen können und wir machen im nächsten Jahr viele Sachen anders, aber wie gesagt, es war keine Sache dabei, wo wir völlig schockiert waren oder so. Dann geht es nächste Woche weiter, Montag mit der regulären Folge. Wir wünschen euch bis dahin. Alles Gute, hier ist irgendwas mega laut gerade. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche.